Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute geht es um ganz etwas anderes, als worum es eigentlich geht. Es ist, ein Zeuge wird zur Hauptperson, der königlich-bayerische Lokomotivführer Ludwig Festl mit seinem Heizer Alois Brunner. So, ich heiße Sie nochmals, herzlich willkommen, Herr Brunner. Ich würdige Ihr Interesse als Eisenbahnrat an diesem an sich ja völlig belanglosen Verfahren, das nur infolge einer Nichtigkeitsklage des Herrn Abgeordneten Paulus, Gastwirts von Biburg, wieder in Gang kommen soll. Ja, dadurch, dass der Zug Nummer 12-54 am 9. Juni 1912 auf der Station Biburg nicht angehalten hat, konnte mein Mandant, der Herr Abgeordnete und Gastwirt, Josef Paulus, den an diesem Tage angesetzten Gerichtstermin hier in Geisbach um 10 Uhr nicht wahrnehmen und es ist in der Vaterschaftssache ein Versäumnisurteil ergangen. Natürlich geht es wie üblich nur ums Geld, nicht weil nur darum, wer zahlen soll, nicht um die Vaterschaft selber. Gehen wir rein, meine Herren. Ja, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich der ganzen Verhandlung gewissermaßen als beobachtender Hospitanz beiwohnen kann. Das trifft sich ausgezeichnet, Herr Baron, ich kann Ihnen einen hervorragenden Platz anbieten, der Herr Staatsanwalt ist nämlich heute nicht da. Bitte schön. Ich danke Ihnen. Achtung, das königlich-bayerische Angstgerät. Morgen, Herr Sätzen. Oh, Herr Baron, bitte schön, hier rüber. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, ich muss zugestehen, dass wir infolge des Schreis, die das Herrn Beklagten, beziehungsweise heutigen Klägers, das Herrn Abgeordneten, tatsächlich an dem Verfahren interessiert sind. Ja, es sein müssen. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Herr Baron? So, darf ich beginnen? Ich bitte darum. Ja. Am 9. Juli dieses Jahres erging Versäumnisurteil in der Vaterschaftsklage Walpertinger Rosa contra Paulus Josef, beide aus Biberg. Ja, Herr Paulus, warum haben Sie denn keinen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, wenn Sie tatsächlich beweisen können, dass Sie durch ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis damals am Erscheinen zum Gerichtstermin verhindert worden sind? Ja, da fragen Sie nur lieber die königliche Eisenbahn. Weil mich trifft an derer Vaterschaft überhaupt keine Schuldnehmer. Er meint die Zahlungsverpflichtung natürlich. Ja, Herr Doktor sagt es auch. Die Eisenbahn sagt er, die muss zahlen oder abfinden. Ja, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Und da melde ich, Herr Doktor, Zweifel an. Das ist mir wurscht. Ich halte mir an die Bahn. Und 16 Jahre lang muss die Bahn zahlen. Da gibt es überhaupt gar kein Radio. Oder Bauabfinden. Herr Kläger, erlauben Sie einen kleinen Einwand, Herr Präsident. Sie scheinen da einem äußerst fatalen Irrtum zu oblegen. Ihre Vaterschaft hat doch nicht das Geringste mit der königlich-bayerischen Eisenbahn zu tun. Haarsträubend ist allein der Brief, den der Herr Abgeordneter an uns geschrieben hat. Er müsste bei den Akten liegen. Das stimmt, ja, den habe ich hier. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Versuche ihn zu entziffern. Biburg, den 28. September 2020, andersglückliche Eisenbahnministerie in München. Lieber Herr Minister von Seidlein, nachdem Sie durch Ihr eigenes Verschulden meine Vaterschaft bei der Rosa, Ihrem Dirndl, verschuldet haben, weil mich euer Zug nicht zum Gericht gebracht hat, übersende ich Ihnen die Rechnung von der Rosa für eine Abfindung von 4.000 Mark. Hören Sie die Gedankengänge des Herrn Paulus? Ja. Stelle Ihnen ein Heim, das Geld mir zu zahlen in München, wenn ich wieder im Parlament bin, oder es gleich der Rosa Walpertinger Gastronomiebedienstete zu Biburg zu schicken. Es grüßt Ihnen hoch, achtungsvoll etc., 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 brav. Und Sie, Herr Doktor, wollen sowas unterstützen, wie? Ja, ich hab's ja schon einmal gesagt, Herr Vorsitzender, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Mein Mandant hat Aussichten, in der Hauptsache davon zu kommen. Wenn Sie unter der Hauptsache die Vaterschaft verstehen, dann glaube ich das nicht, Herr Doktor. Frau Walpertinger übrigens auch nicht, und das mit Recht. Natürlich, zahlt muss es werden, Herr Rath. Einen, da lassen Sie es nicht gut sein. Eben. Und eine Abfindung wären wir halt schon lieber, wenn das Geld klar war, als ich jetzt im Monat. Man muss aber recht geben, Rosa. Man muss ja an den Zins auch denken, nicht? Mit einer Abfindung war's freilich besser dran. Hören Sie sich das an, Herr Baron. Langsam, Herr Paulus, ganz langsam, von Ihrer Vaterschaft, von der Vaterschaft, wollen wir vorsichtigweise sagen, ist überhaupt noch nicht die Rede. Vaterschaft hin oder her. Rechtsmasse trifft es jetzt selbst aus die Eisenbahn, und die hat die Vaterschaft zum Drang. Ihre Vaterschaft, das ist ja unerheuerlich. Also, erlauben Sie bitte, mein Herr. Der ist ja so viel brav. Da war ich nicht gefasst, Herr Präsident. Es geht mir hier doch nicht um diese ominöse Vaterschaft. Es geht mir doch einzig und allein um die Hintergründe einer Fahrplansverfehlung des 12-54 Landshut Geisbach vom 9. Juli dieses Jahres. Begangen auf der Station Biburg um 9 Uhr und 15 Minuten. Ja, mir geht's auch darum, Herr Baron, wenn auch aus anderen Gründen. Herr Paulus muss zuerst einmal auf jeden Fall schlagend beweisen, dass der Zug tatsächlich in Biburg nicht gehalten hat. Richtig, er muss erklären und beweisen können, jawohl. Der Lokomotivführer nämlich, Herr Festl-Ludwig und sein Heizer Brunhuber A. Louis. Ja, also, Sie können sich nicht erinnern. Und der Zugschaffner, Ödmeier Martin, hat desgleichen eine sehr blasse Erinnerung an eine etwaige Verspätung, aber doch gar keiner an ein Durchfahren ohne Anhalt an der Station Biburg, Herr Amtsgerichtshar. Im Namen meines Amtsorgans des königlich-bayerischen Verkehrsministeriums verlange ich einen klaren Erweis einer Fahrplansverfehlung des 12-54 vom 9. Juli dieses Jahres. Einen klaren und sehr einleuchtenden. Ich danke. Herr Hubertus, Baron von Sindelfing, ich bedanke mich ebenfalls für die Präzision Ihrer sehr detaillierten Ausführungen. Nun zur Sache. Herr Paulus, haben Sie außer Ihrer ziemlich dreisten Behauptung, der Zug sei tatsächlich in Biburg damals durchgefahren, irgendeinen glaubwürdigen Beweis dafür, dass ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis Sie gehindert hat, am 9. Juli 10 Uhr vormittags zum Vaterschaftstermin zu erscheinen? Nein, Sie haben ihn nicht. Die Nichtigkeitsklage ist somit abgewiesen, die Sitzung ist geschlossen. Ja, nur langsamer Amtsrichter. So schnell schießen nicht einmal die Presse. Aber, Herr Vorsitzender, selbstverständlich haben wir Beweise. So sind Beweise? Ja, erstens ist mein Mandant am 9. Juli tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen. Ja, und zweitens, Herr Vorsitzender, haben wir einen Zeugen. So, so einen. Fünf habe ich. So, jetzt möchte ich fragen, warum ist denn Fräulein Walperdinger, die damalige Klägerin, die Kindsmutter, pünktlich zu dem Vaterschaftstermin erschienen? Sie wohnt doch auch in Biburg, nicht? Dürfte denselben Zug benutzt haben. Nein, sie ist bei ihrer Schwester zu Geißbach schon dreidank heringewiesen. Besuchsweise. Ja, das stimmt. Lassen Sie einen Kurbi rufen, Herr Rath. Der Kurbi ist eine Respektsperson. Na ja, der wollte nämlich aussteigen, Zbiburg, weil er ein Roskaff verwollt beim Viehbeck. Mein Klient meinte, den Zeugen Held Korbinian, Pferdehändler. Ja, amtsbekannt. Ist das Ihr stärkster Trumpf, Herr Doktor? Ja. Na ja, bitte schön, von mir aus. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Korbinian Held herein. Den Zeugen Held Korbinian? Jawohl. Auch ich habe diverse Zeugen mitgebracht und zur Einvernahme bereitgestellt. Darunter den betroffenen Lokomotivführer Fest von Ludwig und Brunhuber Alois. Ich danke. Ja. Ich habe ja selber einen Verlust gehabt durch die Eisenbahn damals. Mir hat die Sturten glatt der Brunner Säpperl vor der Nase weggekauft. Und warum? Weil die Hans Wurschen im Biburg nicht angehalten haben. Und warum nicht? Weil sie nicht aufgepasst haben. Und warum haben sie nicht aufgepasst? Ich werde das dem Gericht genau erzählen. Ich kenne die Gründe. Ich kenne gut, diese Gründe. Und darum muss mir die Eisenbahn auch zahlen. Der Zeuge Held Korbinian, Rosshädler von hier. Geh weiter, Korbi. Wir sind dran. Was ist er für einer der Eisenbahnminister? Meinst du, dass er zahlt? Komm, komm, Korbi. Das Gericht wartet nicht. Ich will anklatt 300 Mark. Nachlassen kann ich alleweil noch. Ja, geh weiter. Abfahrt in Sälenau, 9 Uhr, 5 Minuten. Ankunft in Bibburg, 9 Uhr, 15 Uhr. Abfahrt dort zu höchst, 9 Uhr, 20 Uhr. Ankunft in Römering, 9 Uhr, 25 Uhr. Ja, so stimmt's dabei. Bleib ich. Abfahrt in Landshürt, 7 Uhr, 30 Uhr. Ankunft in Bundelhausen, 7 Uhr, 45 Uhr. Es stimmt ja alles. Wir kennen vor allem. Auf geht's. So, so, und das soll alles am 9. Juli gewesen sein. Beim Fieberg wollten Sie eine Stute kaufen. Beim Hava seinen Wallach. Und beim Mittermaier einen Hengst. Ja, und beim Wimmerzwimm noch einen Jahrling, Herr Rott. Einen ganz, einen schönen Jahrling. Das auch noch so. Ja, der Wimmer ist ja bekannt für seinen Jahrling, nicht? Also an dem hätte ich glatt einen Hunderter verdient. Mindestens einen Hunderter. Unglaublich, ganz unglaublich. Jawohl, Herr Minister. Und wenn ich diesen Jahrling in München verkaufe, dann verdiene ich 200 Mark. Und das sind Verluste, meine Herren. Gewaltige Verluste. 600 Mark Verlust in der Handelschaft, Herr Rott, das sind Gelder. Das sind sogar für mich Gelder. Herr Hälzer, Sie sind hier Zeuge. Und als solche haben Sie hier keine Ansprüche anzumelden. Sie haben hier nur zu bestätigen, dass der Zug Nummer 12-54 an der Bahnstation Biwöck am 9. Juli vormittags 9 Uhr nicht angehalten hat. Und zwar haben Sie das glaubwürdig darzulegen. Ja, bin ich vielleicht nicht glaubwürdig, Herr Rott. Sie mit mir treiben die größten Ehrenmänner vom ganzen Bezirk Geisbach ihre Handelschaften, gell? Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Hälzer? Sie sollen hier nur aussagen, ob Sie in dem fraglichen Zug gesessen sind und ob dieser selbige Zug in Biwöck nicht angehalten hat. Weiter gar nichts. Jawohl? Genau so was. Also, Herr Rott, ich komme von Landshut her, weil ich da Tag zuvor den letzten Zug versäumt hatte und wollte in Biwöck aussteigen, indem ich da selbst mehrere Handelschaften abschließen hätte sollen. Ja, die Bauern haben ja schon gewartet auf mich. Und jetzt komme ich wieder nicht. Jetzt haben Sie natürlich einen Reläußer, der Konkurrent von selber, das ist ja logisch. Ja, das verstehe ich doch. Ja, und da draußen sitzen meine Zeugen dafür. Und einen Verlust von 600 Mark möchte ich von der Eisenbahner Sitz kriegen. In Bar, in Schäck oder in Wechsel. Das ist mir wurscht. Ich nehme alles. Ja, und ich möchte jetzt von Ihnen kein Wort mehr hören, Herr Hälzer. Sie nehmen jetzt da Platz, gell? Ihre Vernehmung ist beendet. In Ordnung. Wir müssen herkaufen. Sie sind da, Herr Billet, wo nichts mehr Lungen ist, als wäre der Popperticke. Habt ihr nicht verstanden? Sie sollen sich setzen, habe ich gesagt, Herr Heldt. In Ordnung. In Pertin. Keinen ausgediebten Ackergaul würde ich diesem Kerl verkaufen. Ich bitte um das Wort, Herr Präsident. Aber selbstverständlich. Ich möchte das Gericht darauf aufmerksam machen, dass mir dieser Zeuge des Klägers einen äußerst unglaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat. Tja, da haben Sie sich nicht getäuscht, Herr Barman. Na, na, Herr Hubertus. Baron von Sintelfing, Major, ade und königlicher Eisenbahnrat. Ich beobachte Sie jetzt schon die ganze Zeit. Ach, ja. Sie haben keine Ahnung im Umgang und in der Beurteilung von ländlichen Pferdehändlern. Ich gebe zu, Herr Vorsitzender, dass der Zeuge im Moment seine Situation etwas ausnützt. Ah, das ist aber sehr euphemistisch ausgedrückt, Herr Doktor. Ha, ha, ha. Unsere Viehhändler. Das sollten Sie mal dreißig Jahre lang hier mitmachen, Herr Barron. Dreißig Jahre lang mit ihm. Ja, trotzdem stehe ich jetzt auf die Einvernahme meiner Zeugen. Sie verständlich ist ja im Augenblick Festel Ludwig, Lokomotivführer Brunnhuber Arnuls Heitzer und Ödmeier Martin Zugschaffner. Richtig, ja. Ich bitte darum. Herr Barman, haben Sie verstanden? Die Zeigen von der Eisenbahn. Ja. Ja, und ich sage es gleich vorweg. Meine Herren können sich nicht erinnern, nicht angehalten zu haben in Biburg am 9. Julius des Jahres. Wir werden also beweisen, dass eine Fahrplansverfehlung seitens der königlich-bayerschen Eisenbahn nicht stattgehabt hat. Das heißt, meine Herren haben in... Sind wir es gar nicht in Biburg? Haben angehalten in Biburg. Das kann ich nicht genau sagen, Herr Minister, warum die in Biburg nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biburg nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Jawohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss Mürzlirb in Biburg ja jeder Schneidzug halten. Ich bitte Erläutungswort, Herr Rath. Aber selbstverständlich. Ja, also der Bahnhof Biburg rangiert rangmäßig als Bahnhof 7. Klass, als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Wo war sie? Wo war sie? Nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt's in Biburg. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeiten von der Eisenbahn. Ich danke schön. So, bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Habe ich Ehre. Sie sind der Herr Festl, der Lokomotivführer, ja. Und? Und Sie, der Herr? Brunhuber, alles. Heizer und? Hübmeier, Martin, Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also, dann gehen wir's an. Meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biburg angehalten, pünktlich und exakt. Äh, es scheint... Ruhe, bitte. Es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen, der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr. Warum? So, Herr Festl und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Ein Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnliche Pünktlichkeit erfordert. Ja, da spielen Minuten eine große Rolle, nicht? Das ist wahr. Seit 1887 haben mir Lokführer die Eisenbahneruhr. Da sind sogar die Minuten drauf. Ja. Wenn Sie es sehen wollen. Aber selbstverständlich. Tja, das habe ich es leider nicht dabei. Ich hätte es Ihnen ja gerne gezeigt, aber ich habe es auf der Lok liegen lassen. Danke, danke, Herr Festl, es macht nicht. Komm, jetzt bitte einen Schritt. Naja, ich glaube es Ihnen auch so. So, jetzt, meine Herren, bitte gut aufpassen. Erinnern Sie sich an den 9. Juli, ja? Und zwar die Zeit ungefähr 9 Uhr 15 Minuten vormittags, ja? Haben Sie da Ihren Zug in Biburg zum Anhalten gebracht? Und wenn nicht, warum nicht? Mein Herr Ratschanz, ich halte auf der Strecke Landshut-Geisbach jeden Tag 14 Mal an. Jeden Tag. Ich komme wirklich nicht daran erinnern, dass ich einmal nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu haben. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Mein Herr, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten sein? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann ich schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken, es geht schließlich um keine Bagatelle. Oder ist ein Kind vielleicht eine Bagatelle? Und wenn die Bahn nicht zahlt, dann müssen Sie da zahlen, meine Herren. Ich bitte um Ruhe, Herr Paulus. Meine Herren, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach. Der Herr Abgeordnete glaubt, es sei eine praktikable Lösung, die Vaterschaft, sprich Zahlungsverpflichtung, auf Sie abzuwälzen. 16 Jahre lang müsst ihr zahlen, gell? Oder es findest du die Roselab mit 4.000 Mark. Weiter, meint er, Sie könnten sich ja in die Summe teilen, meint er, der Herr Abgeordnete. Das Kind ist ja so viel brav. Und der Schöne wird es auch, das kennt man jetzt schon. Na, na, also. Wir sind ja in Biburg noch nie, nie ausgestiegen. Wir steigen ja gerade in Landshut aus und dürfen zu Geisbach. Da hast du recht, insofern, dass wir in Biburg noch nie nicht angehalten haben, können wir der Vater von der, ihren Kind da, gar nicht sehen. Der steigt nur in Landshut aus. Und der mit in Geisbach. Also, verzeihung, diese Frage scheint mir also quasi außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Biburg? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Ja, glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und Fantasieren? Ja. Ich bin der Wirt von Biburg und Parlamentarier. Was? In Biburg gibt es ein Wirtshaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Ich muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine fünf Minuten. Fünf Minuten? Das ist zweit. Hoppala, hoppala, jetzt haben Sie sich verriert. Jetzt sind Sie aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen. Aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren. Bitteschön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon entsetzen. Aber Ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rath, Herr Rath, Sie sind durchgefahren, weil es in Biburg keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt es keine? Weil der Paulus Peppe keine zulässt. Und darum ist Biburg auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration, Herr Rath. Das habe ich immer schon gesagt. Der Lokführer braucht sein Bier, da hilft alles nichts. Herr Held, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Herren von der Eisenbahn können selber reden, wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie Sie. Nicht wahr? Sessen Sie sich. So, meine Herren, bitteschön. Warum sind Sie in Biburg durchgefahren? Mein Gott, Biburg ist geil, was Sie? Die Grüge waren leer. Ja, und zehn Minuten Verspätung können wir uns nicht leisten. Und erst in Rämerding haben Sie wieder eine Bahnhofsrestauration. Und da steht auch jedes Mal gleich der Wirtshausl mit der frischen Maastfotermaschine. Ja, aber das geht ganz schnell. Da werden nur die Grüge austauscht. Ich habe noch niemals eine Verspätung gehabt gegen Bierfassen. Noch niemals. Ja, sehr gut, sehr schön, meine Herren. Sie sind also durchgefahren in Biburg, weil die Maastgrüge leer waren, weil die wieder aufgefüllt werden mussten und weil das, wie Sie glaubten, erst in Rämerding wieder möglich war. Ja, aber das muss wahr sein, dass er da, der beste Horzer ist, wenn er sein Bier hat. So weit kann ich Herrn Reger gar nicht auftragen, dass am Brunnhöber alles in der Dampfhausgabe. Ja, danke schön. Danke, Herr Lokomotivführer. Meine Herren, bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Nichtigkeitsklage des Herrn Paulus gegen das Versäumnisurteil in der Vaterschaftssache wird stattgegeben. Ich hätte aber jetzt ganz gern das Wort Nichtigkeit aufgegriffen und vorgeschlagen, dass wir unter diese nicht so sehr schöne Geschichte einen dicken Strich ziehen. Herr Paulus, Sie sind doch ein rüstiger Witwer, noch ein recht strammes Mannsbild, nicht? Und Freund Rosa ist ja auch nicht gerade wieder, nicht? Wie wäre es, wenn Sie sich entschließen könnten, sich etwas anders zu besinnen, die Hauptsache und vielleicht noch einiges darüber hinaus anzuerkennen und uns dann bald alle zur Hochzeit einzuladen. Wie wäre das? Was? Ich soll nun mal herben. Ach, die Ohr bin jetzt bei einem Kellnerin. Ah, nix da. Die Eisenbahn, die muss zahlen. Das war eine Abfindung von Bahn 4000 Mark. Du, sagst du, das ist doch ein sturer Bücher. Und das da auf dem Tisch, Herr Eisenbahnintergang. Bitte, bitte. Oh, jetzt ist es sinnlos. So, jetzt war es sinnlos. Was die Herren selber echt standen haben, das war der Durstück heute noch in Biburg. Ja, spinne den. Ganz einfach ist es wirklich nicht, Herr Paulus. Schauen Sie, das Versäumnisurteil ist durch das Geständnis der Herren aufgehoben. Und gerade dadurch ist die Eisenbahn nicht mehr regresspflichtig zu machen. Ja, aber mal musst du die Sache... Für einen Augenblick, Herr, das Ganze wird noch ein Nachspiel haben. Ja, aber bitte... Herr Lokomotivführer, Herr... Sie wissen sehr wohl, dass geistige Umnebelung mittels alkoholische Getränke auf der Lokomotive mit einem strengen Verweis geahndet wird. Zwölf solcher Verweise, Herr Louis Vettel, und Sie werden um eine Gehaltsstufe zurückversetzt. Ja, äh, wissen Sie ja nicht, meine Herren, dass das königlich-bayerische Verkehrsministerium gegen den Durst auf den Lokomotiven in jeder Lokomotivenhalle ganze Kisten von Krachern, das heißt, Strudeln, zu stehen hat. Vielleicht fragen Sie, meine Herren, warum bedienen Sie sich nicht damit? Aber, mein Herr Baron, Schauen Sie, aus Wasser wird doch auf der Maschinen dampft. Nenwa, und der Dampf verdampft. Nein, nein, uns kann wirklich nur das Bier helfen. Einen Augenblick, meine Herrschaften. Ich glaube, mich nicht zu täuschen, dass sich die Kontrahenten, wenn ich sagen darf, die ehemaligen Kontrahenten in der Hauptsache jetzt recht gut verstehen. Ich meine, wir können gratulieren, meine Herren, an unseren guten Wünschen. Soll es nicht fehlen, Herr Abgeordneter, Frau Rosa, ja? In Gott's Namen und Namen, Herr Rosa, weißt du? Es ist ja sowieso alles umsonst, aber Stinger tut mir viel kreislich, das sag ich ja doch. Okay, denk dir nix, Peppi, ich hab doch sein für 1000 Mark auf der Seite. Was tust du für 1000 Mark? Ha? Ja, dann pfeift mal auf das Geld von der Eisenbahn. Bei 12 Rügelpunkten, meine Herren, gibt es eine Rückversetzung. Ja, na, wenn's Biburg keine Restauration haben. So, und jetzt baue ich in Biburg eine Bahn-Restauration. Prost, klassen Sie mich leben. Sehr gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sitzung zu schließen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Ich hab mir sagen lassen, ein Lokomotivführer trinkt auf der Strecke in Geisbach-Lanzu zum Beispiel, also innerhalb von drei Stunden, bis zu sechs Maß Bier. Also, bei dieser Verdampfung, mir wär's ja zu viel. Ich fahr sowieso lieber mit dem Schäßel. Ja, ich brauche doch mal. Gut, gut, gut. Eine liebe Zeit, und trotz der Vorkommnisse und menschlich folgt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht. Herr Lokomotivführer, Sie wissen sehr wohl, dass geistige Umnebelung mittels alkoholischer Getränke auf der Lokomotive mit einem strengen Verweis geahndet wird. Zwölf solcher Verweise, Herr Ludi-Vetzel, und Sie werden um eine Gehaltsstufe zurückversetzt. Ja, wissen Sie ja nicht, meine Herren, dass das königlich-bayerische Verkehrsministerium gegen den Durst auf den Lokomotiven in jeder Lokomotivenhalle ganze Kisten von Krachen, das heißt, Sprudeln, zu stehen hat. Vielleicht frage Sie, meine Herren, warum bedienen Sie sich nicht damit? Aber, mein Herr Baron, schauen Sie, aus Wasser wird doch auf der Maschine dampft. Nicht wahr? Und der Dampf verdampft. Nein, nein, uns kann wirklich nur das Bier helfen. Augenblick, meine Herrschaften, ich glaube, mich nicht zu täuschen, dass sich die Kontrahenten, wenn ich sagen darf, die ehemaligen Kontrahenten in der Hauptsache jetzt recht gut verstehen. Ich meine, wir können gratulieren, meine Herren, an unseren guten Wünschen soll es nicht fehlen, Herr Abgeordneter, Frau Rosa, ja? Guten Gott, noch mal, noch mal, Rosa, weißt du, es ist ja sowieso alles umsonst, aber Stinger tut mir voll kreisle, das sag ich ja da. Irgendwie nix, Peppi, ich hab doch sein für 1000 Mark auf der Seite. Was tust du für 1000 Mark? Ha? Ja, dann pfeift mal auf das Geld von der Eisenbahn. Bei 12 ruhigen Punkten, meine Herren, gibt es eine Rückversetzung. Ja, noch, wenn Sie Biburg keine Restauration haben. So, und jetzt baue ich in Biburg eine Bahnrestauration. Brauchst, die Ausstattung, die Sitzung zu schließen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Rat eh niemanden geschickt. Wir haben ja sagen lassen, ein Lokomotivführer trinkt auf der Strecke in Geisbach-Lanzu zum Beispiel, also innerhalb von drei Stunden, bis zu sechs Maß Bier. Also, bei dieser Verdampfung, mir wär's ja zu viel. Ich fahr sowieso lieber mit dem Schießaufeln. Ja, ich fahr doch mal. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse und Menschlichheit. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgewicht. Vorname bereitgestellt, darunter den betroffenen Lokomotivführer Festverlubig und Brunnhuber Alois. Ich danke. Ja. Ich hab ja selber einen Verlust gehabt durch die Eisenbahn damals. Mir hat die Sturten glatt der Brunner Säperl vor der Nase weggekauft. Und warum? Weil die Hans Wurschen im Bibag nicht angehalten haben. Und warum nicht? Weil sie nicht aufgepasst haben. Und warum haben sie nicht aufgepasst? Ich werd das dem Gericht genau erzählen. Ich kenn die Gründe. Ich kenn ich gut, diese Gründe. Und darum muss mir die Eisenbahn auch zahlen. Der Zeuge Held, Korbinian, Rosshädler von hier. Geh weiter, Korbi. Wir sind dran. Was ist er für einer der Eisenbahnminister? Meinst du, dass er zahlt? Komm, komm, Korbi. Das Gericht wartet nicht. Ich will an glatt 300 Mark. Nachlassen kann ich alleweil noch. Ja, geh weiter. Abfahrt in Sälenau nur 5 Minuten. Ankunft in Bibburg 9.15 Uhr. Abfahrt dort selbst 9.20 Uhr. Ankunft in Römerding 9.25 Uhr. Ja, so stimmt's dabei. Bleib ich. Abfahrt in Landshürt 7.35 Uhr. Ankunft in Budlhausen 7.45 Uhr. Es stimmt ja alles. Wir können fallen. Auf geht's! So, so, und das soll alles am 9. Juli gewesen sein. Beim Fieberg wollten sie eine Stute kaufen, beim Hava einen Wallach und beim Mittermeier einen Hengst. Ja, und beim Wimmer Zwimm noch einen Jahrling, Herr Rott. Einen ganz einen schönen Jahrling. Das auch noch so. Ja, der Wimmer ist ja bekannt für seinen Jahrling, nicht? Also an dem hätte ich glatt einen Hunderter verdient. Mindestens einen Hunderter. Unglaublich. Ganz unglaublich. Jawohl, Herr Minister. Und wenn ich diesen Jahrling in München verkaufe, dann verdiene ich 200 Mark. Und das sind Verluste, meine Herren. Gewaltige Verluste. 600 Mark Verlust in der Handelsschaft, Herr Rott, das sind Gelder. Das sind sogar für mich Gelder. Herr Hälse, Sie sind hier Zeuge und als solcher haben Sie hier keine Ansprüche anzumelden. Sie haben hier nur zu bestätigen, dass der Zug Nummer 12-54 an der Bahnstation Biwöck am 9. Juli vormittags 9 Uhr nicht angehalten hat. Und zwar haben Sie das glaubwürdig darzulegen. Ja, bin ich vielleicht nicht glaubwürdig, Herr Rott. Sie mit mir treiben die größten Ehrenmänner vom ganzen Bezirk Geisbach ihre Handelsschaften, gell? Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Hälse? Sie sollen hier nur aussagen, ob Sie in dem fraglichen Zug gesessen sind und ob dieser selbige Zug in Biwöck nicht angehalten hat. Weiter gar nichts. Jawohl, genau so was. Also, Herr Rott, ich komme von Landshut her, weil ich da Tag zuvor den letzten Zug versäumt hatte und wollte in Biwöck aussteigen, indem ich da selbst mehrere Handelsschaften abschließen hätte sollen. Ja, die Bauern haben ich schon gewartet auf mich und jetzt komme ich wieder nicht. Jetzt haben Sie natürlich einen Relösser, der Konkurrent, aber das ist ja logisch. Ja, das verstehe ich. Ja, und da draußen sitzen meine Zeugen dafür und einen Verlust von 600 Mark möchte ich von der Eisenbahnersitz kriegen. Im Bar, in Schäck oder in Wechsel, das ist mir wurscht. Ich nehme alles. Ja, und ich möchte jetzt von Ihnen kein Wort mehr hören, Herr Hälse. Sie nehmen jetzt da Platz, gell? Ihre Vernehmung ist beendet. In Ordnung. Wir müssen ja auch haben, beim angehaltenen Biwöck. Jawohl. Das kann ich nicht genau sagen, Herr Minister, warum die in Biwöck nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biwöck nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Jawohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss Mürzlöb in Biwöcker jeder Schnellzug halten. Ich bitte Erläutungswort, Herr Rath. Aber selbstverständlich. Ja, also der Bahnhof Biwöck rangiert rangmäßig als Bahnhof siebender Klass als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Wo ist sie? Wo ist sie? Nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt's in Biwöck. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeiten von der Eisenbahn. Ich danke schön. So, bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Aber Ihre, Sie sind der Herr Verstel, der Lokomotivführer, ja. Und Sie, der Herr? Brunhuber, alles. Heizer und... Hülpmeier, Martin, Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also, dann geben wir's an. Meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biwöck angehalten. Pünktlich und exakt. Äh... Es scheint... Ruhe, bitte. Es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen, der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr. Warum? So, Herr Vestel und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Ein Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnliche Pünktlichkeit erfordert. Ja, da spielen Minuten eine große Rolle, nicht? Das ist wahr. Seit 1887 haben mir Lokführer die Eisenbahneruhr. Da sind sogar die Minuten drauf. Ja, wenn Sie es sehen wollen. Aber selbstverständlich. Das habe ich es leider nicht dabei. Ich hätte es Ihnen gern gezeigt, aber ich habe es auf der Lok liegen lassen. Danke, danke, Herr Vestels. Mach nicht. Komm jetzt bitte einen Schritt näher. Ich glaube es Ihnen auch so. So, jetzt, meine Herren, bitte gut aufpassen. Erinnern Sie sich an den 9. Juli, ja? Und zwar die Zeit ungefähr 9 Uhr 15 Minuten vormittags, ja? Haben Sie da Ihren Zug in Biburg zum Anhalten gebracht? Und wenn nicht, warum nicht? Mein Herr Ratschans, ich halte auf der Strecke Landshut Geisbach jeden Tag 14 Mal an. Jeden Tag. Ich komme wirklich nicht daran erinnern, dass ich mich nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu werden. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Mein Herr, es war sehr, sehr, sehr heiß an den Tagen. Es war Hochsommer, gell? Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Herr Etzer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten sein? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann so sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken zu haben. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Meine Herren, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten sein? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken, es geht schließlich um keine Bagatelle oder ist ein Kind vielleicht eine Bagatelle? Und wenn die Bahn nicht zahlt, dann müssen Sie da zahlen, meine Herren. Ich bitte um Ruhe, Herr Paulus. Meine Herren, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach. Der Herr Abgeordnete glaubt, es sei eine praktikable Lösung. Die Vaterschaft spricht Zahlungsverpflichtung auf Sie abzuwälzen. 16 Jahre lang müsst ihr zahlen, gell? Oder es findst du die Roselab mit 4000 Mark. Weiter meint er, Sie könnten sich ja in die Summe teilen, meint er, der Herr Abgeordnete. Das Kind ist ja so viel brav und der Schöne wird es auch, das kennt man jetzt schon. Na, na, also. Wir sind ja in Bibelk noch nie, nie ausgestiegen. Wir steigen ja gerade in Landshut aus und dürfen das Geistbach. Da hast recht. Insofern, dass wir in Bibelk noch nie nicht angehalten haben, können wir der Vater von der ihren Kind da gar nicht sehen. Wir steigen nur in Landshut aus. Und der mit Geistbach. Also, verzeihen, diese Frage scheint mir also quasi außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Bibelk? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Ja, glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und Fantasieren? Ja. Ich bin der Wirt von Bibelk und Parlamentarier. Was? In Bibelk gibt's ein Wirtzhaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Ich muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine fünf Minuten. Fünf Minuten? Das ist zweit. Hoppala, hoppala, jetzt haben Sie sich überrät. Jetzt sind Sie aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen, aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren, bitte schön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon entsetzen, aber Ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rath, Herr Rath, Sie sind durchgefahren, weil es in Bibelk keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt's keine? Weil der Paulus Peppe keine zulässt. Und darum ist Bibelk auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration herab. Das hab ich immer schon gesagt. Der Lokführer braucht sein Bier, da hilft alles nicht. Herr Held, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Herren von der Eisenbahn können selber reden, wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Herr Paulus, ganz langsam von Ihrer Vaterschaft, von der Vaterschaft wollen wir vorsichtigerweise sagen, ist überhaupt noch nicht die Rede. Vaterschaft hin oder her. Rechtsmasse trifft es jetzt selbst als die Eisenbahn. Und die hat die Vaterschaft zum Tragen. Ihre Vaterschaft, das ist ja ungeheuerlich. Also erlauben Sie bitte, mein Herr. Darauf war ich nicht gefasst, Herr Präsident. Es geht mir hier doch nicht um diese ominöse Vaterschaft. Es geht mir doch einzig und allein um die Hintergründe einer Fahrplansverfehlung des 12-54 Landshut Geisbach vom 9. Juli dieses Jahres. Begangen auf der Station Biburg um 9 Uhr und 15 Minuten. Ja, mir geht es auch darum, Herr Baron, wenn auch aus anderen Gründen. Herr Paulus muss zuerst einmal auf jeden Fall schlagend beweisen, dass der Zug tatsächlich in Biburg nicht gehalten hat. Richtig, er muss erklären und beweisen können, jawohl. Der Lokomotivführer nämlich, Herr Festel Ludwig und sein Heizer Brunnhuber A. Louis. Ja, also Sie können sich nicht erinnern und der Zugschaffner Oedmaier Martine hat desgleichen eine sehr blasse Erinnerung an eine etwaige Verspätung, aber doch gar keine an ein Durchfahren ohne Anhalt an der Station Biburg. Herr Amtsgerichtshar, im Namen meines Amtsorgans des Königlich-Bayerischen Verkehrsministeriums verlange ich einen klaren Erweis einer Fahrplansverfehlung des 12-54 vom 9. Juli dieses Jahres einen klaren und sehr einleuchtenden Ich, ich danke. Herr Hubertus, Baron von Sindelfing, ich bedanke mich ebenfalls für die Präzision Ihrer sehr detaillierten Ausführungen. Nun zur Sache. Herr Paulus, haben Sie außer Ihrer ziemlich dreisten Behauptung, der Zug sei tatsächlich in Biburg damals durchgefahren, irgendeinen glaubwürdigen Beweis dafür, dass ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis Sie gehindert hat, am 9. Juli 10 Uhr Vormittags zum Vaterschaftstermin zu erscheinen. Nein, Sie haben ihn nicht. Die Nichtigkeitsklage ist somit abgewiesen, die Sitzung ist geschlossen. Eher, nur langsame Amtsrichter, so schnell schießen nicht einmal die Presse. Aber, Herr Vorsitzender, selbstverständlich habe wir Beweise. So sehr Beweise? Ja, erstens ist mein Mandant am 9. Juli tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen. Aber doch, Ja, und zweitens, Herr Vorsitzender, habe wir einen Zeugen. So, so einen Fünf, ich habe ich. So, jetzt möchte ich fragen, warum ist den Fräulein Walperdinger, die damalige Klägerin, die Kindsmutter, pünktlich zu dem Vaterschaftstermin erschienen. Sie wohnt doch auch in Wielburg, Dürfte den selben Zug benutzt haben. Nein, sie ist bei ihrer Schwester zu Geißbach schon drei Tage herring gewesen. Besuchst weiss. Ja, das stimmt. Lassen Sie einen Kurbi rufen, Feuerrat, der Kurbi seine Respekt jeden Tag vierzehnmal an. Jeden Tag. Ich komme wirklich nicht daran erinnern, dass ich einmal nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu haben. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Meine Herren, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Bibburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten sein? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken, es geht schließlich um keine Bagatelle oder ist ein Kind vielleicht eine Bagatelle? Und wenn die Bahn nicht zahlt, dann müssen Sie da zahlen, meine Herren. Ich bitte um Ruhe, Herr Paulus. Meine Herren, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach. Der Herr Abgeordnete glaubt, es sei eine praktikable Lösung, die Vaterschaft sprich Zahlungsverpflichtung auf Sie abzuwälzen. 16 Jahre lang müssen Sie zahlen, gell? Oder es finden Sie die Roselab mit 4.000 Mark. Weiter meint er, Sie könnten sich ja in die Summe teilen. Meint er, der Herr Abgeordnete. Das Kind ist ja so viel brav und der Schöne wird es auch, das kennt man jetzt schon. Na, na, also, wir sind ja in Biburg noch nie, nie ausgestiegen. Wir steigen ja gerade in Landshut aus und Dürbens Geisbach. Da hast du recht. Insofern, dass wir in Biburg noch nie nicht angehalten haben, können wir der Vater von Derry an Kind da gar nicht sehen. Wir steigen nur in Landshut aus. Und Dürbens Geisbach. Also, verzeihung, diese Frage scheint mir also quasi außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Biburg? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Ja, glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und Fantasieren? Ja. Ich bin der Wirt von Biburg und Parlamentarier. Was? In Biburg gibt es ein Wirtzhaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Ich muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine fünf Minuten. Fünf Minuten? Das ist zweit. Hoppala, hoppala, jetzt haben Sie sich überlegt. Jetzt sind Sie aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen, aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren, bitte schön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon entsetzen, aber ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rath, Herr Rath, Sie sind durchgefahren, weil es in Biburg keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt es keine? Weil der Paulus Peppe keine zulässt. Und darum ist Biburg auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration, Herr Rath. Das habe ich immer schon gesagt.